7.14 Uhr, ich mache mich heute auf nach München. Dort bin ich nämlich eingeladen bei der Firma Infineon. Schauen wir mal, ob wir später noch das eine oder andere erzählen können. Aber ich bin schon ganz, ganz ein bisschen spät dran. Es regnet, ich kann nicht mit dem Motorrad fahren, heißt, ich muss mich zum Zug begeben und weil ich den ganzen Tag nicht da bin, muskiere eins zu meiner Schwester. Darum kümmere ich mich jetzt und ich nehme den Ostmoment. Vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen rumfilmen. Okay, also los geht's. Musik 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 Gute Morgen Ja, war gestern total super, war auch sehr erfolgreich, aber auf dem Campus bei Infineon durfte man nirgends filmen, auch nicht außerhalb der Gebäude und heimgekommen bin ich dann irgendwann so knapp halb sechs, hab dann mit meiner Frau zusammen Abend gegessen und hab mich dann ins Bett verkochen, bin eingepennt, später aufgewacht, noch ein bisschen beim Lautschmer im Stream abgehangen und ein bisschen blöd mit der hergeredet. Und dann war der Tag auch irgendwie durch, kann man nichts machen, also mehr als Material vom Zug habe ich nicht sammeln können, dafür mache ich mich aber jetzt gleich auf, es ist nämlich 1. Mai und wir haben einen ganz tollen Brauch eigentlich hier bei uns in Bayern, nämlich das Maibaum stehlen, also das ist schon passiert. Und heute wird der Maibaum aufgestellt, da flitzen wir mal mit dem Motorrad hin, vielleicht können wir da einen kleinen Blick drauf erhaschen, es wird nämlich in Handarbeit gemacht. Okay, so, ich dusche mich und dann geht's ab zum Motorrad. Guten Morgen ihr Lieben, wir haben den 1. Mai, also ein paar Kleinigkeiten, ey da schaut's aus da drin, und ein paar Kleinigkeiten am Programm stehen. Zum einen wird hier in Bayern, ja kurz vor Mai, werden Bäume gestohlen, nämlich der Maibaum, von der Maibaumgesellschaft, die den Maibaum klaut, wird er dann versteckt und vorbereitet. Also in aller Regel weiß-blau angemalt, da gibt's ein paar Ausnahmen, ein paar lassen den Baum auch Natur, also ohne Rinde. Meistens wird er aber aufgerissen und weiß-blau angezeichnet, mit schönen blau-weißen Rauten. Außer Mühldorf, Mühldorf wegen der geschichtlichen Verbindung zu Salzburg und somit Österreich, die haben einen rot-weißen Maibaum. Aber ansonsten ist in ganz Bayern eben üblicherweise blau-weiß. Ja und die Maibaumgesellschaft, die stiehlt diesen Baum, wenn er gefällt worden ist, versteckt ihn, richtet ihn her, schmückt ihn und am 1. Mai wird er, falls er nicht nochmal gestolten wurde von einer anderen Maibaumgesellschaft, kommt er auch vor. Aber wenn er fertig hergerichtet ist, dann wird er ausgeliefert und aufgestellt. Das ist nach wie vor immer noch traditionell schön brav Handarbeit. Na, nicht überall, aber in aller Regel sollte es traditionell von Hand aufgestellt werden, so ein Maibaumchen. So, dann machen wir das Ding noch ans Händchen dran. Das ist mein Gefriemel hier. Mit Kutsch um Pferd eigentlich ein total schönes Event. Und der Maibaum muss natürlich ausgelöst werden. Das heißt, die Maibaumgesellschaft bekommt für diesen Baum, dafür, dass sie ihn zurückgibt, bekommen sie in aller Regel Bier, Brotzeiten und was halt so alles dazugehört. Ja, das Wetter ist einigermaßen angenehm warm, sie ein bisschen arg bewölkt, also ich könnte jetzt nicht garantieren, dass heute nicht auch noch ein gutes Stückchen regnet. Aber wir werden es rausfinden. Ja, mal gucken. Ich möchte mich so ein bisschen durch die Gegend, möchte so ein bisschen durch die Gegend bollern heute. Und werde einfach mal schauen, ob ich vielleicht irgendwo eine Maibaum-Aufstell-Aktion sehen kann, filmen kann. Den Osmo hätte ich noch mit dabei. Und die zwei GoPros hier am Motorrad. Wäre eine coole Sache, würde ich gerne sehen. Und filmen. Und außerdem hat die Michaela gemeint, wir könnten heute noch grillen. Allerdings habe ich für sie kein Grillfleisch. Also noch losmarschieren. Wir kaufen Fleisch ja ohnehin nicht im Supermarkt. Auch nicht beim Wetzker, wir kaufen es beim Bauern direkt. Und wir haben hier in der Gegend so einen Bauernhof, der hat ein 24 Stunden, 7 Tage Verkaufsräumchen, das Video überwacht wird. Und da geht man einfach rein, nimmt sich Fleisch aus dem Kühlschrank raus, was man so braucht. Und dann liegt da ein kleines Büchlein. Da trägt man ein, was man mitgenommen hat. Zahlt an einer offenen Kasse, wo Geld drin liegt und geht wieder. So ein bisschen so auf Vertrauensbasis. Ihr kennt das bestimmt. Es gibt ja auch so Blumenfelder, wo man Blumen pflücken kann gegen Geld. Braucht niemand da jetzt zum Abkassieren, sondern man schmeißt einfach den richtigen Betrag rein und hat auch ein bisschen Wechselgeld, falls man nur Scheine hat. Braucht man viel Vertrauen für, aber offensichtlich sind die Menschen ehrlich genug, sodass es sich rentiert. Denn solche Läden gibt es bei uns hier immer öfter und die halten sich recht gut scheinbar. Und den qualitativen Unterschied zum Discounterfleisch, der ist halt wirklich sehr spürbar. Also geschmacklich kann ich es jetzt gar nicht so beurteilen. Aber ich meine, ich sehe ja, wenn ich so ein Schweinenacken-Kotelett oder ein Schweinenacken-Steak aus dem Discounter aus der Folie rausziehe und auf den Grill lege und keine sechs Minuten später ist nur noch ein Viertel bis ein Drittel davon übrig. Und dann im großen Vergleich das Fleisch vom Landwirt direkt gekauft. Das verliert halt auch kaum an Masse. Also natürlich etwas, aber kaum. Da bleibt die Größe erhalten. Und das ist auf jeden Fall mal ein qualitativer Aspekt, den ich definitiv mitbewerten kann. Oh, guck mal, so eine schöne lila Blüte an dem Bäumchen. Genau, deswegen holen wir auch ganz schnell eine Runde Geld. So. Einmal abbiegen und dann sind wir schon gleich da. Boah, das ist echt ein Hammer, wie viel Käfer ich heute schon jetzt aufbekommen habe. So. So. No. So. Musik Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, ich habe gerade eben eine kurze Pause nochmal, und die Michela angefragt, weil die kennt sich da aus, die ist selber in einem Maibaumverein, und Jörg hat gesagt, Salmanskirchen ist auf jeden Fall ein gestohlener Maibaum am Aufstellen. Da fahren wir da mal schnell hin, das ist gar nicht so weit weg. Das ist gemein, weil da, wo ich eben Fleisch geholt habe, das war schon die Ortschaft davor, also eine Ortschaft weiter wäre Salmanskirchen gewesen. Und ich bin aber längst schon wieder von der Richtung her in die verkehrte Richtung, also wenn man das Ziel Salmanskirchen hat, in die verkehrte Richtung gefahren. Und, ja, aber ich bin ja kein Fahrradfahrer, das halte ich aus, kriegen wir hin. Ne, du hast sieben Kilometer oder sowas, sind wir jetzt gleich draußen. So, Salmanskirchen gehört zur Gemeinde Ampfing, also noch innerhalb unseres Gemeindegebiets. Schauen wir mal, wo da die Action heute stattfindet. Da steht zumindest schon mal ein Kran. Und wo ein Kran, da ein Maibaum. Ja, ich sehe schon, da wird er aufgestellt. Da steht zumindest schon mal ein Kran. Und, ja, ich sehe schon mal ein Kran. Und, ja, ich sehe schon mal ein Kran. Ich sehe schon mal ein Kran. Musik 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 Musik